Ich habe letzte Nacht eine Nachricht bekommen. Es kam aus dem Büro deines Vaters in der Spielhalle. Seit 20 Jahren ist dieser Anschluss abgeschaltet. Mega-Blockbuster. Das gibt's doch nicht. In seiner Welt. Ich bin nicht dein Vater. Was hast du mit ihm gemacht? Gelten seine Spielregeln. Was soll ich jetzt machen? Überlegen. Oscar-Preisträger Jeff Bridges gegen seine digitale Schöpfung. Die Free-TV-Premiere Tron Legacy. Sonntag, 20.15 Uhr. Go 7.